Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin kürzlich im Euro Truck Simulator 2 von der Schweiz nach Italien gefahren, wie schon oft. Und zum ersten Mal wurde ich nicht über irgendeine ominöse französische Autobahn geführt oder auf sonstigen Wegen, sondern zum ersten Mal bin ich tatsächlich auch durch die Schweizer Alpen gefahren. Ich glaube, dass dieser Abschnitt der Schweiz im Spiel sozusagen neu designt wurde. Und da nehme ich euch heute mal ein Stück weit mit. Das heißt, wir fahren mutmaßlich durch den Gotthard Straßentunnel. Ich kann euch leider nicht genau sagen, an welcher Stelle, weil das Ganze natürlich auch entsprechend maßstabsgetreu verkürzt wurde, die Fahrt. Ich bin die Strecke selber schon in echt gefahren. Ich verlinke euch das mal am Ende dieses Videos, kann jetzt aber auch nicht sagen, inwieweit das realistisch umgesetzt wurde. Auf jeden Fall fühlt es sich gut an, von der Schweiz aus nach Italien über diese Straße zu fahren. Viel Spaß mit diesem kurzen Video. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020